Musik Musik hat die Geschichte meines Lebens geschrieben. Singer und auch Songwriter zu sein war immer mein Ziel. Ich möchte ernst genommen werden, weil ich immer versuche besser zu werden, den nächsten Schritt zu gehen bei dem, was ich kann. Gute Songs schreiben ist schwierig, aber ich liebe es. Deine Musik, das ist dein Weg. Das klingt fast kitschig. Das ist aber so. Und deswegen habe ich auch sehr große Hoffnung in diese Show, weil ich glaube, wir werden einige sehr authentische Leute sehen und darauf freue ich mich sehr. Sei du selbst, sei mutig und hab keine Angst aufzufallen. Wenn du Talent hast und es wirklich willst, schaffst du es auch in den Rahmen gelegt. Und darum sind wir hier. X-Factor. Neu. Ab 27. August auf Sky One. Sky. Gemacht aus deinen Wünschen. Weil wir nebenbei... Über 40,transportardaussungen. Über 80,alasio, Openkagen.